Mit einem großen Festakt im Foyer wurde am Donnerstag das neue Schulzentrum in Werne eingeweiht. Stimmgewaltig von den Schülern der neuen Magerspiegel-Sekundarschule und dem Ehrengast, Hannelore Kraft. Die Ministerpräsidentin wurde zuvor von Wernes Bürgermeister Lothar Christ und Michael Macchiola, dem Landrat des Kreis Unna, begrüßt. Auch die Musik AG der Konrad-Adenauer-Realschule schien Frau Kraft zu beeindrucken. Zunächst gilt mein Glückwunsch dem Architekten und seinem Team für das, was er hier geschaffen hat und dass er dafür auch gestern einen Preis bekommt, ist sicherlich ein I-Tüpfelchen obendrauf. Hier ist ein schönes neues Gebäude entstanden. Ich hätte mir wirklich gewünscht, in einer solchen Klasse selbst unterrichtet worden zu sein. Und ich wünsche mir auch, dass auch das beispielgebend ist für viele andere Schulen bei uns im Land. Höhepunkt des Testaktes war die Ankunft der Namensgeberin der Schule, Maga Spiegel, die sie zwar gerührt zeigte, aber auch als besonders pfiffig gegenüber der Ministerpräsidentin. Blöd, ich kann nicht sagen, dass Sie für mich das bedeuten. Das glauben Sie mir alle doch nicht, was ich sagen will. Aber ich freue mich wirklich. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ein großer Applaus. Beide Ehrengäste trugen sich gemeinsam ins Goldene Buch der Stadt Werne ein. Dem Blumenstrauß an Maga Spiegel überreichte übrigens Leonie Siegmann. Sie ist die Enkeltochter des Ehepaars aus Werne, bei der die Jüdin Maga Spiegel in der NS-Zeit versteckt wurde.